Please hold for a very important message. Muss man so sagen, oder? Also es sorgt für diese Momente, wo man so geschockt ist und sich so denkt, hat er jetzt nicht schon wieder so gemacht, ne? Yasin ist zum Beispiel so ein Kandidat, wo ich so denke, bei aller Liebe, da kann man gar nicht so viel gut reden. Also da zeigt sich heute schon wieder von so einer schlimmen Seite, ja? Da denke ich mir so, woher kommen diese ganzen Sympathien für den Menschen? I don't understand it. Nun würde ich euch um zwei Minuten eure Aufmerksamkeit bitten. Ich möchte heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema mit euch sprechen, und zwar über das Thema Arbeit. Wie einige von euch wissen, war ich ja nicht immer YouTuber. Ich fing an, in der Bank zu arbeiten. Ich habe auch schon Pizzen verkauft. Ich habe auch schon im Textileinzelhandel gestanden. Eine Sache, die ich immer, immer gelebt habe, ist, dass ich, wenn ich gemerkt habe, dass dieser Job mich nicht glücklich macht, dass dieser Job nicht fair bezahlt ist, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann, dass ich da einfach am Morgen, wenn ich aufstehe, nicht gerne hingehe. Dann habe ich mich immer kurz- bis mittelfristig weiter umgeschaut und habe etwas gesucht, was besser zu mir passt. Denn, liebe Leute, wir verbringen ganz, ganz viel Zeit auf der Arbeit. Und deswegen sollte unser Herz dafür schlagen. Und da möchte ich heute mit euch über HeyJobs sprechen. HeyJobs bietet Menschen mit vor allem auch unentbehrlichen Berufen die Möglichkeit, ihren Traumjob zu finden. Mit oder ohne Ausbildung, in Vollzeit, in Teilzeit, als Nebenjob, als Aushilfsjob, als Ausbildung. Ich glaube, auch viele von uns schauen sich da nicht um, weil sie einfach denken, oh mein Gott, es dauert so lange, ich habe keine Zeit, ich bin kaputt von meiner Arbeit. Bei HeyJobs könnt ihr euch in drei Minuten bewerben, ohne Anschreiben, ohne Lebenslauf. Und das Schöne ist, das Gehalt, welches euch erwartet, ist schon ersichtlich. Deine Arbeit macht schon ganz schön viel von deinem Lebensinhalt aus. Deswegen würde ich dir raten, gib dich nicht mit einem Job zufrieden, der dir keinen Spaß macht. Schau, dass dein Herz für diesen schlägt. Geh also einfach auf den Link in meiner Videobeschreibung und bewirb auch du dich auf deinen Traumjob. Ganz wichtig noch, es geht hier keineswegs ausschließlich um akademische Jobs. Es gibt auch Jobs, für die ihr eine Ausbildung oder keine Ausbildung benötigt. Ihr findet bei HeyJobs ganz viele Jobs aus den Bereichen Pflege, Verkauf, Lager, Produktion, Handwerk. Bei mir persönlich ist es mittlerweile wirklich so, dass ich mich tatsächlich jeden Morgen auf meine Arbeit freue. Nicht, weil da wenig zu tun ist, es ist schon sehr, sehr viel zu tun. Aber ich liebe einfach, was ich mache und ich denke, ich bin da nur hingekommen, weil ich mich jedes Mal wieder getraut habe, darauf zu hören, was mein Herz möchte. Deswegen nutzt HeyJobs und findet auch ihr euren Traumjob. Ja, und die Kandidaten bei Ex on the Beach haben natürlich auch ihren Traumjob gefunden und bei dem wollen wir ihn heute zusehen. Ich würde sagen, wir starten. Ich hoffe, dass einer von euch kommt. Ich hoffe, ich werde so schießen gegen euch. Scheiße, wir sind aber auch so dumm, dass wir uns gegenseitig fertig machen. Ich finde immer Selbstreflexion richtig toll. Falls es nicht jeder gehört hat, dass Yassin meinte, wir sind so dumm. Ja, das reicht eigentlich auch schon. Den Rest des Satzes müssen wir uns nicht anhören. Er sieht es ein. Es ist einfach dann nur noch halb so schlimm. Wenn meine Ex kommt, die ich persönlich mit Drama verbinde, dann denke ich hier, es wird ein hartes Aufeinandertreffen. Ich würde halt gerne wissen, wie viele Ex-Freundinnen es bei dir gibt, die du nicht mit Drama verbindest. Das macht niemand falsch. Was? Ich war immer ehrlich. Yassin ist so, hä? Aber was suchst du dann in dieser Selbsthilfegruppe, wenn du ehrlich warst? Ich war immer ehrlich. Von meiner Seite gibt es mit keiner Ex-Aberie irgendwas zu klären. Also von meiner Seite nicht. Da wissen wir aber ganz genau, dass er schon weiß, dass es das von der anderen Seite eventuell geben könnte. Maxi ist das größte Arschloch auf dieser ganzen Welt. Leider Pisser. Oh mein Gott. Aber sie ist die Erste, die nicht sagt, der kleine Hund, sondern Pisser. Ich finde, Pisser ist so eine gute Beleidigung. Also ich habe jetzt auch häufiger darüber geredet, dass wir das weibliche Geschlechtsteil bitte nicht als Beleidigung nehmen. Aber Pisser finde ich ist okay. Pisser oder das Wort mit W-I-C-H. Ich weiß nicht, ob man das piepen müsste. Ihr wisst, das ist auch nicht schlimm. Kann man sagen. Maxi, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit in der Villa, denn jetzt bin ich da und jetzt wird es ungemütlich für dich. Du bist richtig zähnend. Ich mache das Leben richtig zur Hölle. Also ist sie mit diesen Bauchschmerzen und diesem Durchfallgefühl jetzt wirklich zwölf Stunden nach Mexiko geflogen? Ich bin die Prise Wiener Zucker, nach der man sich die Finger leckt. Ich bin die Prise türkische Vegetta, nach der man danach richtig dick auf Klo muss. Ich bin Beverly, 30 Jahre alt. Ich komme aus Wien. Sie ist 13 Jahre alt. Habt ihr das auch so verstanden? Ich wecke jeden Mann um den Finger. Ja, genau, so wie meine Locken um den Lockenstab sich wickeln. Hi. Tschüss, gut. Danke. Na, du kleiner Pisa. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Viktoria ihre Rolle spielen wollte mit Jermaine, als sie ihn traf, was ihr leider nicht so gut gelungen ist, finde ich, war zu aufgeregt. Also sie macht es um einiges authentischer. Da dachte ich nur, okay, wow, so, puh. Uff, was hat sie denn schlecht gegessen? Geht es dir gut oder was? Du bist ja richtig auf Attacke. Du bist ja richtig auf Attacke. Bist du gegen die Wand gelaufen oder was? Tut dir die Wiener Luft nicht gut oder diese Zucker, diese Zuckerwatte? Haben wir was zu lachen? Haben wir was zu lachen, wollte ich wissen. Ob wir was zu lachen haben, du hässlicher. Ich finde, sie macht es richtig authentisch. Beverly hat Geburtstag. Ich rufe sie mal schnell fest. Hör mal. Hi, alles Gute zum Geburtstag. Moment mal. Fünf Stunden vorher hast du doch einen am Strand gefickt, oder? Aha, aber wart ihr denn auch wirklich zusammen? Hattet ihr ein Abkommen über Exklusivität und Liebe und so? Der Max ist ja noch viel schlimmer als ich. Sowas würde ich zum Beispiel nicht machen. Also Yasin ist halt einfach weder den Frauen gegenüber loyal, noch den Männern gegenüber in irgendeiner Art und Weise kollegial und loyal. Und warum? Weil er sich selbst gegenüber nicht loyal ist. Also ich meine, Yasin, dich jetzt noch zu vergleichen und zu versuchen, dich selber irgendwie besser darzustellen in Sachen Umgang mit Frauen ist halt einfach nur albern. Das geht gar nicht. Also ich weiß jetzt nicht so genau, was so verwerflich daran ist. Also ich meine, es sind halt fünf Stunden vergangen. Er hat den Fortpflanzungstrieb, dem ist er nachgegangen. Danach hat er sogar noch daran gedacht, dir zu gratulieren. Also eigentlich, ne, im Zeitalter von Ghosting und so ist das mehr, als man erwarten darf. Ich hab dir immer gesagt, ich will keine Beziehung mit dir. Ruhe, jetzt hast du Sendepause. Jetzt redest du dich. Jetzt hättest du mal die Fresse, okay? Ist sie eventuell nebenberuflich eine Domina, wo wir heute schon beim Thema Jobs sind? Ja, sie ist richtig sauer. Also sie macht es wirklich gut. Also ich bin ganz ehrlich, ich hatte mich schon 50 Mal verhaspelt. Manchmal habe ich echt den Eindruck, dass du da oben kein Gehirn hast, sondern einfach nur eine Dose mit zwei Rummen. Okay, danke für das Feedback. Also wow, okay, dankeschön. Ist deine Meinung? Ich glaube, ich hab mehr Murmeln als nur zwei. Soll ich dir direkt beim ersten Mal sagen, ich will dich nur bumsen? Ich lerne dich doch erst mal kennen und guck mal, wie das überhaupt ist. Ich muss doch erst mal gucken, wie sich das anfühlt. Ist das Loch groß genug? Fühlt sich das gut an? Wie ist die Hydraulik und so weiter? Ich kann doch nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Also ich muss sie doch erst mal ausprobieren. Max, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ne? Bin ich ein Probefahrtcenter oder was? Weißt du, ich möchte von dir gar nicht irgendwelche 0815 Floskeln hören, von wegen es tut mir leid oder es stimmt gar nicht los. Du kommst doch nicht von mir, weil es mir nicht gleich tut. Oh, ich war ehrlich zu dir. Ja, also sie will es nicht, sie kriegt es nicht. Dann passt das doch jetzt, oder? Okay. Deswegen, du willst sie nur nicht hören, du hörst doch nicht. Okay, wow. Du möchtest dich nicht bei mir entschuldigen für das, was du mit mir gemacht hast? Ach, hast doch gerade gesagt, du willst keine Entschuldigung. Also warum soll ich dir eine geben? Also da muss ich sagen, hat er sie mit ihren eigenen Aussagen geschlagen. Du hast doch gerade gesagt, du willst keine Entschuldigung. Warum forderst du dann jetzt doch eine ein? Das ist aber schon der Krieg, also von euch beiden. Boah, Yasin. Yasin, guck mal. Ja, aber doch, es macht Sinn. Wenn dein Leben ein Verkehrsunfall ist, ja, bei dem nicht ganz Deutschland, aber ein Teil von Deutschland zuguckt, dann versuchst du natürlich auf andere zu lenken, ne? Ja, aber denk einfach mal drüber nach, was für eine scheiß geringschätzende Sache das war. Ich glaube, sie war auf der gleichen Schauspielschule wie Paulina, kann das sein? Also sie bringt auf jeden Fall das Full-Package mit, sie ist eine Newcomerin und sie kann alles. Sie gibt die volle Bandbreite. Dios mio, was für ein Auftritt bei Berlin. Siehst du, ja, ich habe auch lange geprobt. Okay, war gut? Bin ich für die nächste Show jetzt auch schon gebucht? Bin ich jetzt auch ein Promi? Geil. Auf einem Date mit Max kannst du jetzt alles rauslassen. Ach du Scheiße. Und sie so, nochmal, ich habe doch jetzt schon alles unter Beweis gestellt, was ich kann. So, komm jetzt, du Hund. Oh, und jetzt ist sie auch so eine Art soziale, die Hunde irgendwie abwertend benutzt, das Wort Hund. Hunde sind süß. Digga, aber jetzt kommt das Heftigste. Das Heftigste. Das Heftigste. Dann sagt sie so, was ist mit dir los? Das tut dir nicht mal leid. Nee, tut mir auch nicht leid. Er sagt, es tut mir auch nicht leid. Wie sensationsgeil die alle sind, ne? Ey, soll sich mal nochmal einer von denen beschweren, dass wir mit dem Finger auf die zeigen? Ihr macht das selber in euren Reihen. Also vor allem Yasin, ne? Ist so der Lauteste. Das ist so lustig. Und warum hast du dann da nicht schon gesagt, Beverly, für mich ist die Sache gegessen, ich möchte dich nicht mehr sehen? Ich wollte dich ja noch sehen. Also ich verbringe ja gerne Zeit mit dir, aber halt nicht auf so einer Beziehungsebene oder einfach so. Vögeln. Ja, vielleicht ja schon, aber das wäre ja auch legitim. Also ich meine, da hat sie ja auch was von. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen mit einer Freundin geredet und die sagte, nee, also ein Mann hat das gar nicht verdient, mich benutzen zu dürfen. Und ich habe sogar noch eine zweite Freundin, die das eh nicht fühlt. Und ich denke mir so, aber es ist ja nicht so, als würde nur er dich benutzen. Du hast ja auch was davon. Also ich meine, so ein erigierter Lümmel ist auch keine Selbstverständlichkeit. Das auch, aber auch so die sich als Person halt so. Also ja, während ich dich dann durchnehme halt, dass du halt auch ein lebendiger Mensch bist, ne? Mit Körpertemperatur, also es ist schon mehr als jetzt eine Gummipuppe oder so. Also dich als Mensch, du gehörst da natürlich auch mit dazu, ja? Anastasia ist eine Topfrau, aber es wird mir irgendwie too much, man, irgendwie. Ja, weil sie sucht halt dann die körperliche Nähe zu ihm, umarmt ihn auch irgendwie. Sie haben irgendwie die letzten 40 Minuten gezeigt und dann hat sie sich fünfmal an ihn geschmiegt. Das will er halt nicht, ne? Das ist halt auch viel zu viel Nähe. Ja, er braucht dieses Toxic, er will jagen und so. Die Frau soll sich erstmal so wehren und warum sucht sie Nähe zu ihm? Das ist derbe eklig. Warum witzst du Nähe, nachdem ihr miteinander geschlafen habt? Da sollte man irgendwie streiten und sich ghosten und so und Drama kreieren. Erst wenn ich was fühle, was Eindeutiges fühle, dann will ich auch Sex haben. Auf jeden Fall. So siehst du auch aus. Bock. Botsch. Erzähl uns doch keine Scheiße. So. Als wenn du Gefühle bräuchtest. Weißt du, ich wünsche, das was du, das was du mit mir gemacht hast. Also okay, gut. Sie will noch eine Runde heulen. Alles klar. Ja, ich gebe dir die Show. Hier, guck, du filmst sie. Ja, ja, ich war richtig böse zu ihr. Ja, ja. Sie hatte gar nichts davon, von diesem Luxuskörper. Nein. Max hat nicht mein Herz gebrochen, aber er hat einfach drauf rumgetrampelt. Und eine Prellung tut auch mehr weh als ein Bruch. Beverly, ich schwöre dir, Beverly. Der war richtig gut. Alter, sie werden wir noch lange im Trash-TV sehen. Sie bringt alles mit. Eine Prellung, ne? Tut viel mehr weh als ein Bruch, ne? Er hat ihr Herz geprellt. Und jetzt isst sowas. Und jetzt kommt wieder die Domina. Sie ist traurig, sie ist sauer, sie ist dominant. Dann wieder traurig, dann wieder notgeil. Sie macht alles. Was sag ich, was muss ich essen? Alles. Alles. Also ich an seiner Stelle würde sagen, Halt's Maul ist es auch. Weil so wie ich das verstanden habe, hat er ihr zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass die beiden zusammen sind. Hast du ein Problem, wenn ich für ein anderes kennenlernen würde? Ja. Ja. Definitiv ja. Jessie hat nicht so viel im Kopf, ne? Jessie hat nicht so viel im Kopf und das sagt Maurice. Maurice, meinst du, du hast mehr im Kopf? Finde ich gar nichts. Ich finde hier drin ist kein Besondersschlag. Ja, aber sonst, also, na, sonst wären die ja auch alle nicht dort, oder? Es ist Zeit für Rache. Du hast die volle Breitseite bekommen. Und guck sie alle nicht an. Ja, weil du hier schon die volle Breitseite bekommen hast. Ja, okay, stimmt. Ja, manchmal braucht man halt einen kleinen Reminder, ne? Also der Satz war wie für dich geschrieben. Verstehst du, Süße? Paulina, welchem deiner Ex nimmst du die Next? Also das braucht man ja auch gar nicht weiter fortzuführen oder zu filmen. Wenn sie Carina rauskicken kann, dann wählst du natürlich Carina raus. Und das würde auch jeder von uns machen, oder? Ja, aber sie kann auch Stärke beweisen und mir gucken wir einfach mal jetzt. Wenn sie mir gönnt, dann heißt sie echt Stärke. Ach so, genau. Weißt du, du hast sie rausgekickt und hast dich dann noch nicht mal von ihr verabschiedet. Verstehst du? Warum sollte sie dir jetzt irgendwas gönnen und Stärke beweisen? Was für Stärke? Was laberst du? Die Stärke, die du niemals haben wirst? Ich möchte, dass Carina geht. Klar möchte sie das. Also sie darf entscheiden, ob Jessica geht, ihre neue Freundin, oder Carina. Carina, die voll auf sie geschissen hat, die ersten paar Folgen und Tage. Natürlich lässt sie Carina gehen. So eine bescheuerte Auswahl, sorry. Ja, das ist voll unlöroisch. Also sie zählt Jessica zu ihrer Freundin und dann findest du es voll komisch, dass sie jetzt Carina rauskickt. Ja. Ich glaube, das ist auch nichts gegen dich persönlich, aber ich glaube, das ist klar. Also es ist nichts Persönliches gegen dich, Carina, aber irgendwie auch schon. Also schon. Ich mag dich halt einfach nicht. Verständlicherweise. Carina, du hast am Anfang auf meine Gefühle gekackt. Ich hab auch am Anfang auf deine Gefühle gekackt. Aber du brauchst dich gar nicht mit mir streiten. So Jessica ist meine Freundin. Ja, halt einfach die Fresse, Carina. Streite dich gar nicht mit mir. Natürlich hast du auf meine Gefühle gekackt. Du hast vor meinen Augen alles Mögliche mit Yasin gemacht. Okay? Also frag jetzt gar nicht so hässlich. Runter mit der Stimme. Du gehst. Next. Ich dachte, du machst einen Herzensmove jetzt und sagst ganz ehrlich, ich gönn dir was Neues und ich gönn dir Glück. Du weißt ganz genau, bei den beiden wird es nichts ernstes. Als wenn sie... Also Herzensmove. Du redest seit Folgen, dass sie der Teufel sei. Also machst dir voll die schlechte Werbung für sie. Und jetzt erwartest du, dass Paulina dir einen Herzensmove schenkt. Und wo lebt er? Also wo lebst du denn? Wie kann ein Mensch so böse sein? Nein. Nein. Yasin. Nein. Ah ah. Wow. 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 Ja, das ist die Reaktion, die wir immer wieder haben, wenn du so Dinge machst, wie jetzt zum Ende auch dieser Folge. Wenn du mal wieder komplett lost unterwegs bist und unloyal as fuck, dann sitzen wir genauso vorm Bildschirm und denken uns so, wow, 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 wow. Er ist schon über 30 und immer noch nix. Wie kann sich dieser Mensch noch in den Spiegel schauen? Das fragen wir uns dann auch immer. Das sagt so viel, Alter. Ja, das sagt dann immer so viel über einen aus. Was er jetzt hier macht, ist eigentlich nur Projektion. Weil er weiß selber, dass er einfach lost as fuck ist und erwartet da jetzt irgendwas von einer Paulina, die er wie scheiße behandelt hat. Es tut mir leid, aber es ist so. Also nein. Nein. Das hat doch gar nichts damit zu tun, dass ich denen das nicht gönne oder so. Also ich gönne denen das auch nicht. Davon war ganz abgesehen. Als ob ich die Frau nicht rauswähle, die den Mann genommen hat, mit dem ich mein Leben verbringen wollte. Natürlich. Soll das ein Scherz sein? Und das sind ihre Schauspielkünstler. Ja? Ich wollte mein ganzes Leben mit ihm verbringen. Ich schwöre. Sie meint doch gleich. Und ich muss sagen, sie beherrscht das gut. Ich schwöre, ich hatte gerade kurz übel Angst, ne? Oh, Jermaine, ich hatte richtig Angst. Mein Wangenhyaluron ist fast in die Puppe gerutscht. Ähm, excuse me, aber brennt es eigentlich bei dir? Also brennt es bei dir da oben in der Hütte? Ich feiere sie so für ihre Sprüche. Also brennt es bei dir? Bei dir und bei deiner neuen Süßen? Wer hat sie mit mir geschlafen? Er hat mir veröffentlicht gemacht. Er hat mich rausgewählt. Wer hat das alles gemacht? Er? Wir sind einfach ein Team. Und auch das werden wir überstehen und schaffen. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich. Also eigentlich sagt schon alles. Sie ist da gar nicht zuversichtlich. Weil sie später auch noch drohen muss, dass er bloß nichts machen soll in den letzten zwei Tagen. Das bedeutet, sie ist eigentlich so zuversichtlich. Sie ist so ein Abschraum. Ich schwöre, sie ist der größte Schmutz, der dich in meinem Leben gesehen hat. Wie können die Leute jetzt neben mir sitzen? Ja, und dann regt sich Carina auch so darüber auf, warum der Paulina niemand etwas ins Gesicht sagt. Und dabei traut sie sich erst zu beleidigen, als sie im Schlafzimmer ist. Also sie hat ihr selber auch nichts ins Gesicht gesagt, ne? Sie ist nicht das Opfer. Sie ist die Böse. Paulina ist böse. Also, weißt du, du kannst das noch so oft sagen. Er glaubt halt, er schafft es damit, irgendjemanden zu manipulieren. Also mich auf jeden Fall nicht. Der einzig Böse in dieser ganzen Konstellation, also der Böseste, nicht der einzig Böse. Alle haben irgendwie ein bisschen was Böses. Ja, ist ja auch geil. Aber der Böseste von allen bist wirklich du. Ja, aber dann soll er mit dir rausgehen. Dann geh raus mit dir. Wenn du so ernst meinst, dann geh auch draußen weiterlaufen. Genau, also er hätte jetzt auch gehen können, ne? Also hätte er das so ernst gemeint und so, ne? Mit der Carina. Warum geht er denn nicht? Wenn du mir mit einer Frau schließt, ich bring dich um. Das ist Vertrauen. Wir sind so ein Team. Wir vertrauen uns richtig dolle. Jetzt versaust dir nicht in den letzten zwei Tagen. Das ist jetzt auch für dich ein Test. Das ist ein richtiger Test für dich, weißt du? Du hast es dir schon jeden einzelnen Tag hier vor Ort versaut, okay? Während ich da war und dabei zusehen musste, wie du jede Frau anflirtest und dir ein bisschen Selbstbewusstsein holen möchtest, okay? Jetzt versuch die zwei Tage, an denen ich nicht da bin, nicht zu flirten. Als würde er das machen. Also wenn er das schon macht, wenn du da bist, wird er das doch auch machen, wenn du nicht da bist. Er ist recht. Vielleicht klappt es draußen noch nicht, ich weiß es nicht. Aber ich gehe ja davon aus, dass es draußen noch besser läuft als jetzt hier drinnen. Also in meinen Augen läuft es da drin schon richtig beschissen. Von daher, Steigerungspotenzial wäre ja da, ne? Von richtig scheiße. Ja. Ich bin Christian, 24 Jahre alt und in meinen blauen Augen verliegt sich jeder. Jeder? Ich schwör mal. Oh mein Gott, boah, er nimmt ja immer dieses Selbstbewusstsein. So schreit du irgendwas oder so? Eine Ex-Freunde habe ich halt betrogen in so einem Gangbang auf den. Auf den? Er ist richtig stolz drauf, ne? Er hat uns auf frischer Tag erwischt. Ja, mehr Drama, geht nicht. Okay, wie hat sie das denn gemacht? Hatte sie sich versteckt hinter der Palme und als ihr dann alle angefangen habt, kam sie so hervor? Oder wie kam sie in den Gangbang-Raum? Beverly, die Geile. Ich finde die Beverly ziemlich nice. Die hat ein richtig hübsches Gesicht, gell? Ja, und da würde ich dich jetzt gerne mit deinen eigenen Worten konfrontieren. Das sagt doch schon alles, oder? Also vorhin bist du traurig, dass Carina rausgeworfen wird. Die Carina, auf die du jetzt komplett kackst, ne? Nachdem sie ausgezogen ist. Du bist ja null traurig, sondern machst in einer Tour genauso weiter wie vorher. Unloyal und lost. Ich glaube, sie ist die einzige Frau, die keine gemachten Brüste hat und ihr steht es brutal. Also Bocz ist richtig verstört von dieser Celebrity-Welt, ne? Überall Silikon, ne? Ja, sie ist halt noch nicht so lange dabei. Ja, im nächsten Format hat sie auch weiter. Man kann den Raum nutzen für besinnliche Zweisamkeit. Ach so. Also wahrscheinlich hat er jetzt auch schon diese emotionale Bindung zu ihr, ne? Er meinte ja vorhin, also ohne Gefühle, sowas geht gar nicht. Und deswegen will er auch Anastasia sich vom Leib reißen. Aber jetzt klebt er sich an sie, dockt sich an sie, zeigt ihr intensiv den Bumbum-Raum oder den Liebesraum und ist direkt schon offen wieder für das nächste körperliche Abenteuer, ja? Ja. Ich sag ja, mein Venus-Hügel hat immer recht. So, und die beiden wissen, glaube ich, nicht, was sie hier an tun, weil das ist gerade ziemlich gefährlich, ihr auch noch zuzuwinken und sich dann auch noch zu küssen, während sie da auf der Tanzfläche ist. Ich glaube, hier werden gleich ein paar Augen, J-Lo-Augen ausgestochen mit Gelnägeln. Und Yasin denkt natürlich an Carina, guck mal, geil. Also da hätte ich ja schon, warum reibt sie ihren Hintern an seinem Dödel? Da hätte ich, ne, aber Carina, mein ich, das läuft richtig super bei denen, ne? Also da drin läuft richtig super bei denen, ja. Und dann auch mit der Viktoria, also das ist ja richtig schön, ne? Also er findet Carina so toll und Paulina ist so böse. Du bist gefährlich für mich. Oh, das ist einfach widerlich. Also, wie kann man nur? Du kannst gerne neben mir schlafen, aber ein Meter Abstand. Aber die Verabredung war, dass keiner neben dir schläft, ne? Also wirklich. Und dann ist er auch noch nackt. Aber gut, der eine Meter ist ja dazwischen, dann ist das ja okay. Und Yasin hier mit seiner Fake-Show von wegen, ich bin jetzt normal und ich bin kein Home mehr. Da ist halt so voll berechnend in dem, was er sagt jetzt. Unnormal. Ist er auch. Also, ja, ich finde das auch echt schlimm, wie er über Paulina redet. Ne, dass er hier so seit drei, vier Folgen behauptet, sie sei der Teufel und keine Ahnung, ein böser Mensch und so weiter. Du bist kein Stück besser. Er kommt so vorher hin und sagt so, hey, sexy Frau, bitte nur und so. Halt die Schnauze, Alter. Aber Sari, irgendwann ist das nicht gegangen, ne? Nein! Nein! Halt die Schnauze! Er hat ein Armband bekommen von Carina. Sie wollte, sie hat versucht, so mit letzter Kraft so ihr Revier zu markieren und hat ihm so ein Armband geschenkt und das hat er kaputt gemacht. Und jetzt versucht er das wie so ein Dulli irgendwie zu flicken. Ja? Also, genau. Also, es wird ja eigentlich schon reichen, wenn er in seinen Handlungen irgendwie der Carina gegenüber loyal wäre. Da braucht er auch kein Armband, ne? Aber er versucht halt, das Armband zu flicken, weil das ist es, was zählt. Marvin und ich schlafen ja immer nebeneinander. Und ja, jetzt auch miteinander. Du, ganz ehrlich, Gönn dir, ich sag immer, die Genitalien sind dazu da, um genutzt zu werden. Ja, ich hatte auch... Was hattest du auch? Ihr habt einfach... Was? Ihr Geisteskranken, ey. Ja, die leben halt das, was du träumst. Verstehst du? Die haben richtig Verkehr. Ja, heute Nacht oder heute Morgen ist ja unter der Decke ein bisschen was abgegangen bei mir und Jemaine. Genau, und zwar hat er sie einmal richtig durchgenommen. Und Viktoria lag davor mit offenen Augen und hat das quasi nicht mitbekommen. Hat sie das energetisch nicht mitbekommen, dass vor ihr und hinter ihr gebumst wird? Merkt man das nicht? Seine Ex hat dich bei einem Gangweg gemacht, während du mit ihr zusammen warst. Eure gemeinsame Wohnung? Das ist das Dreisteste, was ich jemals gehört habe. Er ist aber voll stolz darüber, ne? Er ist so, ja, ja, voll geil, ne? Wie krank ich im Kopf bin. Ist heftig, ne? Also er war mit der zusammen und hat dann in deren Wohnung sowas gestartet. Sowas, ich kann es gar nicht schon in den Mund nehmen, ne? Naja, doch, Gangbang. Ich habe es gesagt. Oh mein Gott. Auf jeden Fall hat er das gemacht. Oh, ich sage euch eine Sache, ne? Wenn ich sowas erleben würde, ich glaube, ich würde direkt mitmachen. Leute, tschüss und Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ein kleiner Reminder noch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Werdet ein Schnuffelhase. Seid kein stiller Zuschauer. Keine stille Zuschauerin. Das versteht sich von selbst, ne? Lasst ein Kommi da. Seid weder still in eurer Beziehung, in eurer Freundschaft, auf eurem Job. Und hier auch nicht. Lasst einen Kommentar da. Und vielleicht könnt ihr ja heute einfach mal schreiben, wie zufrieden ihr so mit eurem Job seid. Das würde mich mal interessieren. Das würde mich echt mal interessieren. Und geht auch rüber zu Insta, weil da passiert auch ganz viel. Kisses.